Gutes Abnudeln. Dankeschön. Hallo Leute! Willkommen zurück! Also ihr wart wahrscheinlich die ganze Zeit noch hier. Also ihr seid noch hier. Aber willkommen an mich zurück! Hallo! Ach Zinsa, was denn? Hast du deinen guten Nudelstern bekommen? Bitte! Ich will einen guten Nudelstern. Das wär toll. Ach Zinsa, ich hab mir jetzt Nudeln in Bolognese-Soße. Das ist von gestern, vorgestern oder so. Du den von vorgestern. Die hatte ich noch im Kühlschrank. Die ess ich jetzt. Hab ich kurz warm gemacht. Und dann wird ein bisschen Jump King gespielt, hab ich gesehen. Oha! Gut, dann spielen wir Jump King. Let's fucking go! Ein bisschen, vielleicht komm ich ja noch weiter jetzt in einer halben Stunde. Vielleicht hab ich ja jetzt ein bisschen mehr Konzentration oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein kleines bisschen ein kleines, ein klein wenig. Small wingies und let's go! Jump King, yay! Ich back mir ein Eis. Was hast du gegen Jump King? Jump King ist toll. Oh, Jump King öffnet sich direkt, wenn ich Steam öffne. Oh, wie praktisch! Außerdem haben wir jetzt Drip! Jetzt können wir ja nur gut. Kann das ja nur gut werden. Oder wieder fürs nächste Mal ganz an den Anfang. Nein! Und selbst wenn, ich komm da ja easy wieder weg. Jump King! Jump King! fortfahren! Tada! So. So, wir sind wieder bei den Tischen. Aber wir haben den Drip. Der Fall King. Das finde ich als Wort wird es irgendwie schon auch irgendwie lustig. Ach, MrSky, dein Twitch, alles gut! Ungewollt 70 Kilometer weit fahren? Hä? Pass auf dich auf, bitte! What the fuck? Hm. Hast du deinen Spielstand nicht gelöscht? Hm-mm. Mittlerweile mag ich den Spielstand doch. Hm. Warte mal, warum willst du jetzt... Lini wollte Fall Guys eingeben? Warum bist du so? Was habe ich dir getan? Scheiße. Verdammt. Die Tische hatten gestern bestimmt Spaß mit dem König. Was? Oh. Ich sehe gerade, ich verdecke doch recht viel vom Bildschirm, Warte. Ja, Leute, wir spielen mein absolutes Lieblingsgame, in dem ich richtig gut bin. Jump King. Das Ziel ist es, ganz oben anzukommen. Wir fangen jetzt gerade mitten in der Mitte an, weil ich da zuletzt gespeichert habe. Also, ich glaube nicht, dass das die Mitte des Games ist, aber von dem, was ich vorher so geschafft habe, ist das ungefähr die Mitte. Und, äh, ja. Ah, okay, Mr. Skyline. Aber Ehre von dir. Ehre von dir. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Und bitte fahr vorsichtig. Pass auf dich auf. Was du mir getan hast, lass mich mal zählen. Ich schwöre, irgendwann steht Lini vor meiner Tür und er wirkt mich einfach. Kannst du nach dem Run auch New Babe Plus spielen? Das, äh, ich find's schön, Majora, dass du denkst, dass ich diesen Run hier irgendwann mal schaffe. Ich find das ganz toll. Wenigstens glaubst du an mich. Hallo, Nightmare Senpai. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen am Nomsen bin, aber ich musste wirklich essen. Ich war wirklich hungrig. Fallgeist wäre doch eine ziemlich akkurate Beschreibung für Jump King. Ist doch gut jetzt. Mann, ich weiß, dass ihr mich hasst. Das müsst ihr mir nicht noch so deutlich sagen die ganze Zeit. Ist doch okay. Gestern warst du hungrig, heute geht's bestimmt besser. Ja, jetzt hab ich, ich hab meine Bolognese. Die schmeckt eigentlich ziemlich gut. Amnamnam. Hm. Ich glaube, Majora, ach, hat er in den falschen Chat geschrieben, als ob er nicht glauben würde. Hey. Majora ist weird, aber nicht unfreundlich. Wir hassen dich nicht, wir lieben dich nur sehr aggressiv. Ähm, okay. Wie viele Stunden hast du bei Jump King? Beim letzten Mal waren es so elf. Wahrscheinlich jetzt so 13 oder so. Ich bin ein Affe, Chat. Ah. Fuck, ein ehrländiger Affe. Äh. Hm. Eine Spende? Oh, von Dark Hawk. 5 Euro vor 30 Minuten. Holy shit. Brauchst du wieder Jan? Nee, ich finde, ich komm doch gut durch. Ich mach das sehr gut, finde ich. Oh. Ich dachte, du bist eine Ziege. Hab ich gerade gesagt, ich bin ein Affe? Hä? Chat hat, also ich glaube, jetzt hat, jetzt, jetzt spinnt ihr aber. Warum sollte ich denn sagen, dass ich ein Affe bin? Oh God, here we go again. Alex hat Jan, hat Jan gerochen, dass es um Jump King geht. Hat Jan es gerochen? Alpiner Bergaffe. Man kennt, ne? Oh. Ich fühle gut, dass der einfach liegen bleibt. Ja, wenn du nichts drückst, dann bleibt der einfach liegen und regrettet sein Leben. Hast du gerufen? Jan wirklich einfach so. Hallo. Oh fuck. Hab ich da Jump King gehört? Was? Oh Mann, ey. Schön, dass du da bist, Jan. Hallo. Aber es macht meine Hände da. What the fuck? Ich schiebe gerade Jan weg. Der verzweifelt versucht, mir zu helfen. Das sind diese Gesten. Jan, hilf hier mal. Nein. Oh, wir sind für heute mit den Paketen fertig geworden. Wow. Chad, guckt mal. Ihr habt Jan und Alex den ganzen Tag eine Beschäftigung gegeben. Sie haben, durch euch durften sie heute den ganzen Tag im Keller sitzen und Pakete verpacken. Amazing. Und morgen auch noch. Yippie. Oh nein. No. Hatte Ginger die Sportwoche schon gemacht? Haben wir schon gemacht? Lief interessant. Welche Pakete? Ach, der Merch. Der Leitmotiv-Merch. Es gibt noch einige Leute, die ein Merch noch nicht haben. Dark Hawk, danke auf dir. Danke dir auf jeden Fall für die 5 Euro. Tut mir leid. Vor 35 Minuten. Ich bin wieder da und spiele Minecraft. Viel Spaß dir. Nicht fragen, einfach die 5 Euro nehmen. Okay. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Oh, die Nintendogs-Musik. Die gibt es mir jetzt. Oh, morgen Geburtstagsfrühstück mit Mona. Und Marku. Ach, scheiße. Das war klar. Ich hoffe, wir machen... Ich hoffe, die Kombo... Als die Kombo machen wir Mona nicht kaputt. Wir hoffen, mit allen fertig zu werden. Sollte also noch jemand von euch warten, haltet Augen nach Tracking-Nummer offen. Ja, guck mal. Aber wenn... Wenn ihr denkt... Wenn ihr denkt, ihr werdet... Ihr werdet fertig jetzt in den 2 Tagen, dann hat es sich doch gelohnt. Mein Nintendog-Stream. Ich habe so Bock auf einen Nintendog-Stream. Ich habe so Bock auf einen Nintendog-Stream. Bitte sag nichts Bedenkliches, nur weil du nicht auf deinem Channel bist. Oh, wow, wow. Oh, scheiße. Naja. Wenigstens, wenn ich runterfalle, komme ich dazu, ein bisschen meine Ballonese zu essen. Ist doch auch ganz nett. Hm. Hm, 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 hm. Äh, warum, warum kommt denn keine Bit-Nachricht? Hm? Hallo? Text-to-Speech? Was für Nudeln? Boah, ich habe vergessen, wie die heißen. Das sind so Rohr-Nudeln. Da sind so zwei dicke Rohre aneinander. Weißt du, wisst du, was ich meine? Penne? Nee, nee. So zwei dicke Rohre aneinander. So kleine dicke... Also nein, zwei nicht dicke Rohre, aber so kleine Rohre aneinander. Cannelloni? Okay, jetzt muss ich das googeln. Cannelloni klingt irgendwie gut. Canne... Cannelloni? Nee. Nee, das sind ja riesige Nudeln. Ach du Scheiße. Bist du ein bisschen aus wie Lasagneplatten, nur halt in rund. Nee, nee, nee. Makaroni sind doch so diese kleinen Runden. Die meine ich nicht. Das sind wirklich so Rohre. Aber Makaroni sehen auch keine aus wie Rohre. You're right. Das sind so Doppel-Makaronis. Doppel-Makaronis. So, wenn so zwei Makaronis so aneinander geklebt sind. Makronelli. Ach du Gott. Ihr Text-to-Speech verweigert auch die Arbeit. Ich verstehe nicht, warum. Er macht nichts. Aber das tut mir voll leid. Ich verstehe nicht. Oh, ich hab die Alerts ausgemacht. Ahaha. Schatten, danke für sieben Monate, Mensch. Wisst ihr noch, wie ich vorhin meinte? Haha. Ich erinnere mich hoffentlich daran, die Alerts wieder anzumachen. Haha. Ja, guess what? Ich hab mich nicht... Scheiße. Ich werde vermutlich in nächster Zeit häufiger nur loben können. Scheiße. Hab eine extrem aufwendige und zeitraubende Projektarbeit in der Abende nie aufgebrummt bekommen. Sobald die durch ist oder in den Ferien, werde ich wieder chataktiver werden. Wir mehr loben. Ein Doofnuss. Mann, der hätte mich auch da erinnern können. Hat das da zufällig geknückt, sodass er nichts mehr sagen konnte. Alter, das ist ja voll alt alles. Weil dann ist das ganz schwierig. Nee, nee, ich resette mal. Dankeschön für die ganzen Re-Subs und ich tu mir leid, dass ich so undankbar bin. So, jetzt. Aber wenn sie fertig mit den Packeten werden, haben Jan und Alex keinen Lebenssinn mehr. Du musst dringend neuen Mordschrele asen. Willst du wirklich kein schwarzes, schimmliges Bananen-Plüschi? Jan, Alex, hättet ihr Lust, ein schwarzes, schimmliges Bananen-Plüschi zu machen? Denkt ihr, das würde ficken? Nein, das meinte ich nicht. Denkt ihr, das würde sich verkaufen? Ähm, nein. Ja. Warte mal. Ah! 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 Ich glaube, das wird ficken. Oh, scheiße. Ich kann doch nix dafür. Danke, Meckers. Für sechs Monate in advance. Im Voraus. Dankeschön. Eine schimmlige Banane. Ja, ja, eine schimmlige Banane. Gut, dass Jan und Alex sich einig sind. Da kommt... Scheiße, mir kommt gleich die Bolognese wieder durch die Nase. Mir kommt so ein Plüschi in den Shop und es hat den heftigsten Hips. Was ist das? Scheiße. Ist ja zum Glück nicht so, dass es uns an Merch-Ideen mangelt. Ja, das stimmt. Das geht immer ganz gut bei uns. Ich würde die Banane safe kaufen. Ihr seid so durch, ne? Ganz ehrlich. Ihr seid wirklich so durch. Ficken! Ui! 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 Ficken! Okay. Ah! Okay. So, wir kriegen das hin. Wir gehen einfach... Ui! Ui! Scheiße, das war zu lang. Hast du mal Portal oder Portal 2 gespielt? Ich möchte gerne mal demnächst, äh... Portal spielen. Portal 2 nicht. Das ist mir zu schwer. Dafür bin ich zu dumm. Scheiße. Aua. Wir planen so geilen Shit. Wir haben... Wir haben hier handgerührte Seifen und du willst eine schimmelige Banane. Aua. Chat, was würdet ihr eher kaufen? Eine schimmelige Banane von mir oder handgerührte Seife? Die Seife? Scheiße. Warum? Warte, warum mache ich das? Bin ich dumm? Am besten nichts. Die Banane. Badewasser. Schwarze Seife in Form einer Banane. Das wäre der Game Changer. Schwarze Seife in Form einer Banane. Ja. Ginger's Schimmel Banane. Jetzt im Leitmotiv Matchup. Du dachtest, du kannst... Du kannst... Schimmel kann nicht auch reinlich sein. Da liegst du falsch. Hol dir jetzt deine Ginger-Schimmel-Bananenseife und fühle dich rein. Scheiße. Nein, die können wir so nicht nennen. Wieso nicht? Wieso können wir die nicht so nennen? Dann nenne ich sie so. Tja, was wollt ihr dagegen tun? Eine Ginger-Figur aus Arshan? Das klingt ja absolut... Wer würde denn sowas machen? Verbraucherzentrale. Hä? Aber wenn du sagst, das ist die Ginger-Seife im schimmelige Bananen-Design? Die würde ich kaufen. Einfach nur, um meine Gäste damit zu verarschen. Oha! Bin ich jetzt ein Scherzartikel oder bin ich nicht mehr wert als ein Scherzartikel? Das wäre okay, siehste? Ja, dann easy. Die Arsha-Figur scheitert leider an dem langsam nachwachsenden Rohstoff. Mann, Chetna, ihr macht mich wirklich kaputt. Ach, scheiße. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das ist mir schon lange nicht mehr verarschen. 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 Wenigstens habe ich das Gefühl, diesen Bereich hier habe ich langsam fast schon in- und auswendig. Die Stelle ist Endgegner. Nee, ich weiß einfach nicht mehr. Scheiße. Ich weiß einfach nicht mehr, wie lange man da drücken muss. Vielleicht mangelt es aber auch nicht am Rohstoff, sondern mal ein Erntevorgang. Es mangelt am Erntevorgang. Herr Chet, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich mache meinen Po-Loch. So, daraufhin nehme ich noch ein kleines Bissen von meiner Spaghetti. Also, das ist ja gar keine Spaghetti, ihr wisst schon. Diese rohren Nudeln. Ich weiß nicht, was ihr habt. Der Sprung nach draußen in den Regen ist quasi der gleiche wie der von rechts auf dem Block in der Mitte, auf dem Screen davor. Der hier? Ich kriege den ja auch kaum hin. Ja, easy. Was war ich denn? Bitte spamt nicht unsere dummen Jokes in fremde Chats, wenn wir irgendwo Collab haben. Das ist extrem unhöflich. Also, ich muss gestehen, also, solange man es nicht übertreibt, ist es, denke ich, in Ordnung. Vor allem bei den Leitmotiv-Leutchens. Wir kennen uns ja. Okay. Ja, ist okay. Oh, lol. Ich lebe noch. Junge. Gerade kurz Schiss gehabt. Hilfe. Asche ist schlimmer als du. Was, in Collabs? Das glaube ich nicht. Asche ist doch ein Süßi. Oh, Gott. Here we go again. Ach, Scheiße, warum schmecke ich das? Warum mache ich das? Was mischt du überhaupt? Äh, ich mische nichts. Ich esse gerade. Jetzt gleich nichts schon an die Kante stellen. Ja, jetzt, jetzt. Ich weiß es jetzt. Jetzt bin ich klüger. Aber ganz ehrlich, wie man hier hochkommt, weiß ich nicht. Ich mache gerade immer nur random Shit und hoffe, ich lande damit hier irgendwann. Wenn ich mich da ganz an den Rand stelle, kann ich vielleicht da in die DC-Kante. Aber sonst? Nee. Mischen? Das ist Jump King und nicht Poker Park. Da gibt's nichts zu mischen. Wall jumpt nach links, aber kein Full. Oh! Okay. Ich versuche es mir zu merken, weil die Stelle ist so super random für mich jedes Mal. Manchmal kriege ich es halt dann random hin, aber ich wusste nie warum. Und wenn ich mich die Sprünge so an, so ist das eher Mission Unpossible, Lini, das ist schrecklich. Ich will nie mehr. Darf ich sagen, dass dieses Glockengebimmel so richtig Dark Souls-Vibes hat? Ich will nicht, dass dieses Glockengebimmel so richtig ist, dass dieses Glockengebimmel so richtig ist, dass dieses Glockengebimmel so richtig ist. Man kommt da nicht durch, oder? Nee. Ah! Ah! Oh Gott, ist das belastend! Oh, Junge! Oh! Okay, Leute, übrigens. Drei Stunden! Schlucken! Andromeros! And on it goes! Dankeschön für fünf Monate! Vielen lieben Dank! Ui, ja, ja, hu! Hallo, ich sehe den Screen immer nur ganz kurz. Was passiert denn hier? Hallo! Ich bin early. Ich habe keinen Plan, was man da machen muss. Scheiße! Ich bin early, das kriegt mich immer wieder. Ich bin early, das kriegt mich immer wieder. Siehst du die Zwischenöffnung beim Blach? Ja, was mache ich damit? Gar nichts, siehste? Deswegen meine ich ja da, also Davon abgesehen, dass ich nicht mehr weiß, wie ich von dem Block da runterkomme. Oh, Scheiße. Bitte, Ginger? Was denn? Reinspringen und von draußen hoch. Ich weiß nicht, wie ich auf diese fucking Plattform da oben komme. Okay, so nicht. Du hast doch vor zwei Minuten gelernt, dass man Warjumps auch ohne voll machen kann. Oh. 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 Epischer Gamer. Oh. Warte, Moment. Das war zwei Minuten. Wer kann sich denn so weit zurückerinnern? Oh. Gut. Oh. 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 Gut. Ähm. ist nicht ganz leicht. Ja, ich mich triggert irgendwie, dass der so leicht aussieht. Da sind ja nur ein paar Plattformen, aber irgendwie... Oh, man. Okay, naja, was will man machen? Ja, hier sind wir dann wieder. Zwei Timejumps nach links. Ginger, du hast das Einscreen weiter geschafft. Ja, das freut mich auch. Ginger, innerlich gerade so. Ich habe meine Bolognese, Leute. Es gibt nichts, was mich gerade... ...unterkriegen könnte. Ich habe Essen und ich bin glücklich. Alles, practice und war guter Progress. Kommt schnell zurück. Ich glaube, ehrlich gesagt auch. Puh! 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 Oh je, ja. Bolognese? Kein Ficken. Got it. Scheiße! Wenn das so weitergeht, sind wir bald ganz unten. Hä? Aber ich komme doch gut voran! Scheiße, was mache ich denn? Oh, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Hahaha! Hahaha! Oh nein, das war vielleicht so weit. Oh, gerade so noch. Was ist denn jetzt die Musik? Ach, das war das hier. I remember. Hicks! Warte mal, da ist kein Full-Jump. Oh, okay. Warte mal, was mache ich denn da? Oh, warum bin ich so? Okay, das habe ich verdient. Okay, ja, das habe ich auch verdient. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh! Guck, wie gut die Jumps and Falls Kings Keeps sitzen. Tun sie das? Ich hoffe. Also ich habe wirklich das Gefühl, dieser Teil fällt mir deutlich einfacher als vorher. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, eine Lernerfahrung zu spüren. Ist halt ein bisschen nervig, das nochmal zu machen, aber... Füll Ginger vor jedem Stream mit Bolognese ab. Nein! Scheißen! Klar, gestern war noch ganz anders zu anfangen. Jump King belohnt regelmäßige Spiele, extrem krass. Ich habe auch das Gefühl, so... Gestern hatte ich halt auch irgendwann gemerkt, ist meine Konzentration einfach extrem flöten gegangen. Aber jetzt halt so... Einfach nochmal wieder anzufangen, ist ein bisschen ganz heiß. Nein, scheiße. Es sei denn, man ist unkonzentriert und macht dann doch wieder dieselben Fehler. Ginger und Lernen? Warum seid ihr so? Was habe ich euch getan? Ich komme nicht kreuzigen. Ich komme eigenhändig vorbei. Nein! Okay. Was spielt denn Konzentration von der Flöte? Das verstehe ich nicht. Zabutsu! Danke sehr für neun... zehn Monate! Hallihallöchen! Hallo! Wie geht es dem Chat? Ja, hoffentlich gut. Wenn sie sich an meinem Leid ergötzen. Nein! Mann, was habe ich denn jetzt mit der Stelle da? Wie geht es dir? Mir geht es ganz toll. Also ehrlich gesagt, wirklich. Ich habe jetzt gleich meinen Teller Bolognese gegessen. Mir könnte es... Was mache ich denn? Uh! Mir könnte es nicht besser gehen. Ach so. Du meintest, deine Konzentration ist flöten gegangen. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Weil ich so wenig Konzentration habe. Boah, ich weiß nicht warum, aber jetzt so einen... So einen Kaffee wäre jetzt richtig geil. Verdammt! Oh, ist die Playlist vorbei? Wenn du jetzt wieder Cravings hast. Darf ich keine Cravings haben? Hey! Dieses generelle Auf und Ab hat was sehr Entspannendes. Fast Hypnotisierend. Was für Auf und Ab! Es geht nur nach oben! Hilfe. Boah, Jan. Dein Tipp ist ja wirklich amazing gewesen. Oh Gott, dammit. Alter, wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Oh, fuck. Der Skip, nice. Also das habe ich irgendwie nicht extra gemacht. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Speedrunning Strats. Bestimmt passiert mir das ein paar Mal öfter und irgendwann habe ich es drin. Hm. Magic Drink Mix möchte auch einfach die Welt brennen sehen, ne? Kann das sein? Wieso fliegt die Figur auf die Fresse? Weil ich scheiße spiele. Ist es das, was du hören wolltest? Bist du jetzt glücklich? Bist du jetzt? Bist du jetzt nicht ganz schön. Hier. Hier wir go again. fuck oh gott ich bin wieder hier okay weiter als gestern ja auch das hier schon weiter als gestern Upsa Upsa hey 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 sad violin ach scheiße okay das wird das werden meine neuen tische ach fuck man ach man diese stelle sind meine neuen tische ganz ehrlich ja einfach full jump oder nicht ach so gott ach scheiße ich hab den ich hab den da oben nicht gesehen ich hab den nicht gesehen oha das hätte jetzt auch schlimmer enden können okay weiter links stehen okay ich hab den ich hab das nicht gesehen oh ja easy muss ich dann irgendwo hoch oder muss ich ich muss explizit auf den da drauf oder kann ich ein full jump machen oh yes wenn man bedenkt dass jenia in jump king mehr fortschritte macht als in minecraft wenn sie was bauen will uns dabei streamt sie jeden sonntag früh wie habe ich das denn gemacht ja toll ist jetzt die frage gehe ich rechts oder links lang es war schön solange es werte neues gebiet ich habe ein neues gebiet erreicht es war schön solange es werte scheiße dass das erste mal dass ich den sprung verkacke dein sound alert ist schuld wer war es denn das wir waren das galak de de ein sound alert ist schuld galak was sollen das das sind zwei wege und jinger erfund einen dritten dankeschön ich habe euch auch gern ich hätte nicht gedacht dass ich so schnell noch mal hier und runterkommen mehr fortschritte als in minecraft ja chat wisst ihr eigentlich wenn wir jetzt schon dabei sind können wir wirklich einmal kurz den opi besuchen das schön ouch innovativ let's play danke für 80 bits Wie weit geht es heute runter? Antwort ist ja. Aber wenigstens haben wir den Dribb. Jetzt wieder in 5 Minuten ins neue Gebiet. So machen wir das hier. Ja, easy. Bestimmt. Ich hasse diese drei Blöcke da oben. Und da sind wir wieder. Ja, ist okay. Jetzt Speedrun. Nee, nicht ganz. Ich glaube an dich, Jonsch. Dankeschön. Ich bin wenigstens wieder hier. Die drei Blöcke, no joke. Einer der schlimmsten Teile der Mem. Okay, das beruhigt mich, wenn Jan das sagt. So, eigentlich alles easy so. Aber diese drei Blöcke sind irgendwie immer wieder doof. Wir glauben an dich. Okay, ich glaube an dich. Okay, okay. Wir hoffen für dich. Alter. Schatt, findet ihr das toll? Ich rede ja nicht mal währenddessen, weil ich mich konzentrieren muss. Habt ihr Spaß? Are you having fun? Es ist unerwartet cozy. Es ist so schön ruhig. Endlich redet Sinsa mal nicht. Hast du ihr, äh, ne Glatze? Ja, natürlich. Haare sind sowieso überbewertet. Es ist so schön. Haare sind sowieso überbewertet. Höh. please please lasst mich wieder zurück in das andere gebiet seriös 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 dumping du hättest mich nicht loben dürfen ich nehme das übrigens immer als ausrede wenn leute mich loben wenn es dann nicht mehr klappt dann immer so alles deine schuld du hättest nicht so nett sein müssen sie mir nein nicht nicht von ok war genau richtig okay oh ob ob scheiße diesen kurzen stop auch nicht so weit hinten machen am besten so dass dann ich rechter fuß bin ich mit der kante ist okay ich versuche da gleich mal drauf zu achten aber ich merke chat ne boah dass das das klaut mir all meine nein all meine hirnzellen das ist so anstrengend tut mir leid wenn ich gerade so ruhig bin aber ich finde man muss sich so so konzentrieren mich Oh Easy Welche Hirnzellen? Was soll das? Ich habe genug Hirnzellen, um Jump King zu spielen. Okay. Braucht Ginger wieder einen Staubsauger? Oh, jetzt ein bisschen Staubsaugen. Das wäre es doch. Oh, was mache ich da? Was, Ginger? Warum? Ich finde Staubsaugen so entspannend. Du meinst... Scheiße. Oh, Chat, ich kann das nicht mehr lange machen. Mein Hirn qualmt. Hilfe. Nein, nein, nein. Was mache ich denn? Kannst herkommen, dich ganz viel entspannen. Ich habe ganz viel Staub da. Nee, tut mir leid. Ich will lieber meinen eigenen Staubsaugen. Aber danke schön. Trotzdem. Ich habe ihn. Fuck! Was war denn das da jetzt? Jetzt war das jetzt der Fulljump. Aua! Warum werde ich jetzt auch noch gehauen? Ich weiß nicht, wenn der Charakter so auf den Boden klatscht, gibt mir das so richtige Ginger-Vibes. Nach rechts? Ich soll lieber nach rechts. Okay, Jan. Ach du Scheiße, was ist das denn? Dankeschön, was Pompad. Komme ich da mit Fulljump rein? Scheiße. Oh. 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 Oh, weh, Alter. Das ist so nervenaufreibend. Ich kann nicht mehr. Nein! Was? 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 Ein kurzer Tab und dann Full oder ein Timed-Sprung von der Mitte. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß auch nicht, ob ich hier sein will, ehrlich gesagt. Scheiße. Full Jump war nicht richtig. Vielleicht sollte ich öfter versuchen, da auf die Mitte zu kommen. Du musst mittiger stehen. Stand ist sehr weit rechts. Auf dem kleinen Teil da? Oder hier? Oh, shit. Oh, mein Gott. Auf dem kleinen Teil da. Ach, du Scheiße. Ich wollte mich da, glaube ich, nicht bewegen, weil es so aussah, als sollte ich da gar nicht sein. Ja! Wuh! Nein! Nein! Ja! Ja! Kannst den Screen Transition Jump auch Wall Jump links machen? Sparst du dir eine? Achso, lande ich dann auf der in der Mitte? Ja! Shit! Also ich sag ja, eigentlich meine ich nein. Ich kann hier nicht nach rechts springen, oder? Nur von hier vielleicht? Oh doch, es geht... Oh! Okay. Okay. Das sieht so aus wie Cockblock. Seht ihr auf dem linken Dach da diesen Pfahl? Das sieht so aus wie Cockblock. Das sieht aus, als würde ich da jetzt Full Jump machen und dann... Und dann werde ich richtig runtergecockblockt. Rauf auf den Schwengel! Das war auch einer meiner ersten Worte, eines meiner ersten TikToks. Willst du einen Tipp? Gib mir ruhig einen Tipp. Das sieht so aus, als würde ich gleich übel weggecockblockt werden. Wenn ich da... Ich kann natürlich in diese Kuh... Kuhle da... Das sieht nicht so aus, als käme ich da wieder raus. Full links! Wirklich? Ich werde nicht gekockblockt. Ach du Scheiße. Es hat doch funktioniert. Und jetzt auf das Schwengelchen drauf und dann da rein. Und das Dach, oder? Ah, Scheiße! Achtung, sie fällt in drei. Hey, hey, hey! Was soll denn das jetzt? Nein! Oh, oh, Upsa! Okay, hat noch funktioniert. Alles gut. Ey, wenigstens lande ich immer hier. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Warum mach ich voll? Okay, Dummheit wird bestraft. Ist halt so. Dieser Klatsch-Sound gibt mir so fett Nackenklatsch. What's the fuck? Hat mir gerade deinen Song angehört. Meinen Song? Meinst du einen Cover? Chat, ne, das macht mich wahnsinnig. Diese Tension macht mich einfach wahnsinnig. Mein Charakter muss so hier einen Schaden haben vom Unterfallen. Ach was. Warte, was meinte Jan? Direkt auf die Fahne springen? Meinst du, ich soll direkt Full-Jump machen hier? Schaffe ich das überhaupt? Nein, ich dachte schon. Nein, nein, nein! Ja! Nein! Ich bin auf der Schwengel-Dangle, Bitches! Scheiße. Sinsa, ich glaube an dich. Woher kommt denn das jetzt? Oh, verdammt. Nein, 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 nein! Oh. Okay, Leute. Was? Was mache ich denn da? Das war sehr toll. Jetzt direkt auf den zweiten Schwengel. Ach du Scheiße. Was ist das für ein ekelhafter Screen, Jan? Juhu. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich finde, das ist ein großes... Ah, damit genau das passiert. Das ist... Ja, okay. Es ist genau deine Schuld, Mon. Ich... Okay. Ah ja, ganz schön. Okay. Chat, wir machen hier das nächste... Wir machen das nächste Mal. Sollten wir das nächste Mal... Ich weiß nicht, wie oft wir noch Jump King on Stream spielen. Aber wenn, dann machen wir an dieser Stelle weiter. Ich muss jetzt aufhören. Wirklich, mein Jan quallt. Ich könnte gefühlt einfach schlafen gehen. Aber wenn ich nicht jetzt erst duschen gehen müsste. Weil ich... Ich muss wirklich duschen. Es ist viel zu warm. In diesem Zimmer. Hä? Oh. Möchtest du Obi besuchen? Sag das doch einfach. Ach, sei leise. Sehr guter Progress. Wir sind wirklich so weit gekommen. Das war richtig cool. Yeah. Das war richtig, richtig cool. Hat ehrlich gesagt Spaß gemacht. Aber mein Hirn qualmt jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, das Game ist... Okay, Horkwa, danke für zwei Monate. Ich glaube, du hast deine Nachricht nicht zu Ende schreiben können. Aber danke dir. Ja. Äh. Äh. Aber es war ein wunderschöner Stream. Wir haben tolle Beichten gemacht. Wir haben toll Jump King gespielt. Oh. Oh. Ein großes Sub. Gigasub. Yuichi-chan. Dankeschön. Bei 15 Monate auf Tier 3. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für all euren Support. Auch diesen Stream hier wieder. Es war ein Sane. Wirklich. Dankeschön. Aber vergesst nicht. Vergesst nicht. Vergesst nicht. Schaut mal hier rein, meine Freunde. Meine Kerle. Ähm. Ey. Ich bin morgen bei Mona. Auf Monas Kanal. Könnt gerne mal reinfolgen schon mal. Können wir einen Shoutout geben? Ähm. Der ist vegan. Mann. Falls ihr morgen, ähm, Frühstück, vergesst nicht, Prime ist kein Crime. Dankeschön, Jan. Ähm. Vergesst nicht, dass ich morgen um 10 bei Mona bin. Wir feiern ihren Geburtstag. Sie macht ein langes Geburtstagsfeierwochenende. Einen kleinen Donuton. Und morgen um 10 Uhr bin ich nicht bei mir auf dem Kanal live, sondern bei Mona. Guckt gerne vorbei. Marco ist auch dabei. Und wir frühstücken zusammen. Eigentlich soll es wirklich nur so ein kleines Frühstücksfernsehen. Wir quatschen, reden über alles mögliche. Ähm. Bitte sei nicht bedenklich. Äh. Ich. W- Ich. Was? Meckers. Dankeschön. Für dein Subgift. Dankeschön. Ich. Ich. Leute. Ich will ja nichts sagen. Ja. Es ist. Marco ist auch dabei. Die Chancen stehen, ähm. Stehen, ähm. Schlecht. Aber wir können. Wir geben unser Bestes. Lini kann ausschlafen. Oh. Stimmt. Amazing. So, Leute. Dann rate ich euch mal zu Mona. Ich glaube, sie hört gleich auf. Ähm. Das ist mir aber scheißegal. Deswegen raiden wir jetzt da trotzdem rein. Äh. Seid ganz, ganz lieb zu ihr. Ganz, ganz lieb. Ähm. Sagt ihr alles Gute zum Geburtstag. Auch von mir. Also ich habe ihr schon alles Gute gesagt. Mehrmals. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Lasst ganz viel Liebe da. Und dann sehen wir uns dort auf dem Kanal morgen um 10 Uhr zum Frühstück. Hehe. Ich hoffe, ich bin wach bis dahin. Ich bin der übelste Morgenmuffel. Ah. Ja, schön. Aber bis dann. Bye-bye. Gute Nacht und schlaf gut. Bye-bye. Danke für diesen Samstag. Bye-bye. 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 Bye-bye.